Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein Unboxing und zwar darf ich euch wieder ein Bild von Karatwart vorstellen. Und zwar handelt es sich um, schauen ob ich es hier ein bisschen reinbekomme, die Kamera. Ja, dieses schöne Bild. Das packen wir zusammen aus. Und während ich das alles aus dem Karton hole, blende ich euch die gesamte Kollektion von dieser Woche ein, sodass ihr da schauen könnt. Okay, was gibt es noch für Bilder, die jetzt neu sind? Und wenn euch da jetzt interessiert, dann schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Da gibt es bestimmt jemanden, der das Bild gerade vorstellt. Und ja, da könnt ihr euch da ein bisschen schlauer machen. Aber wir schauen uns jetzt zusammen dieses Bild an. Bis gleich! So, hier sehen wir jetzt alles, was im Kit enthalten ist. Wir haben wie immer bei den Künstlerbildern kein Toolkit dabei, weil die meisten von uns das schon zuhauf haben. Wenn ihr das natürlich dazu bestellen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Es ist nur ein kleiner Aufpreis, der eben so im normalen Kit schon weggerechnet ist. Was wir aber immer dabei haben, ist einmal ein Döschen mit Wachs. Hier haben wir dreimal blaues Herzwachs. Benutze ich persönlich gerne. Im Döschen sowieso klasse. Und dann haben wir Washi-Tape dabei. Diesmal hier mit Diamanten drauf. Kann man natürlich auch immer gebrauchen. Gut, als nächstes für mich immer ein Highlight, wenn es dabei ist, ein Sticker-Sheet. Das erleichtert uns unglaublich das Kitting ab. Also das einsortierende Steinchen in unsere Organisationssysteme, weil wir einfach hier nur die einzelnen Sticker abziehen müssen und die dann auf unser Organisationssystem kleben können. Ja, hier sehen wir erstmal den Titel des Bildes, Wind Decker. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe gerade gar nicht nochmal nachgeschaut, ob das tatsächlich im Englischen so ausgesprochen wird. Aber das wäre jetzt so das Intuitive, was ich sagen würde. Die Künstlerin Ilona Romis-Zwili. Auch hier gerne berichtigt mich, ich bin nicht so diejenige, die die größte Stärke im Namen vorlesen hat. Und dann haben wir hier das schöne Bild. Und zwar ist das, wenn ich das richtig gesehen habe, Karatat hat mir da so ein bisschen Hintergrundinfo gegeben, eine Künstlerin, die an verschiedenen Events mit teilgenommen hat. Ich glaube, das war auch irgendwann mal im Herbst. Und da gibt es ja immer solche Künstler-Events. Male ein Bild an dem Tag, wo das und das drauf ist und das und das drauf ist. Und da hat die Künstlerin bei einem Event mitgemacht, wo ein Dolch an dem Tag drauf sein sollte und ein Event, bei dem eine Motte drauf sein sollte. Und das hat sie kombiniert. Und dabei ist dieses schöne Bild entstanden. Gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, was ich bisher am meisten an dem Bild mag, ist, dass wir hier, naja, wie Sternchen haben, Glitzer, aber der ein Schwarz ist und nicht ein Weiß, ist mal was anderes. Ich finde den Kontrast sehr schön, den das Bild gibt und ich freue mich sehr auf das Bild. Und was ich auch an dem Bild total cool finde, ist, dass wir hier eine schöne kleine Größe haben. Wir haben hier 38 x 44 cm, ist also ein eher kleines Bild, also eher mal ein Bild, was man in Wochen und wenigen Monaten schaffen könnte und was keine Jahre oder so braucht. Und ich persönlich mag so die kleinen Erfolgserlebnisse, wenn man mal auch ein kleines Bild ein bisschen schneller fertigstellen kann. Dann haben wir hier eckige Steinchen und hier unten haben wir jetzt noch mal die Nummer vom Bild, einfach wie sie im Shop registriert ist. Und dann hier drüben haben wir unsere Sticker mit den Farben. Wir haben hier 36 Stück Symbole. checke ich gerade ab, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Ich sehe natürlich nicht alles auf einen Blick, aber mir fällt gerade nichts auf. Könnt ihr auch mal ein bisschen mit drauf schauen. Falls euch was auffällt, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, die sind alle gut voneinander zu unterscheiden. Und wir haben hier eine Menge AB-Steinchen wieder dabei. Und zwar 1, 2, 3 Spargeldass-Steinchen, 1, 2 ABs und 1, 2, 3, 4 LZ. Ich möchte jetzt behaupten, wir sehen es ja dann gleich, dass das Strass-Steinchen waren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir gleich sehen. Wir haben auf jeden Fall hier 9 AB-Steinchen mit dabei und das ist für 36 Farben schon echt gut. Das ist richtig cool. Ein Viertel davon, also von den Steinchen ist hier AB, nicht Sondersteinchen. Das ist cool. Da freue ich mich drauf. Schauen wir uns dann auch auf jeden Fall an. Erstmal schauen wir uns aber die Leinwand an und das Bild an sich. So, und hier haben wir das schöne Bild. Erstmal zur Leinwand. Wir haben hier oben den Leitspruch Let the Pleasure Beginn von Karat Art. Dann haben wir oben rechts und unten links eine Legende mit Bild. Außerdem hier noch ein paar zusätzliche Infos. Nochmal Titel, Künstlerin, Bildnummer und die Größe. Dann haben wir hier die Internetadresse von Karat Art und dann haben wir hier noch einen Rabattcode. Happy10. Mit dem könnt ihr 10% sparen bei eurer nächsten Bestellung. Wenn ihr nebenbei mich noch ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Rabattcode verwenden. Der ist hier irgendwo eingeblendet. Der steht auch immer in der Infobox. Spart ihr auch 10%. Also wie ihr das mögt, den könnt ihr auch sehr gerne verwenden. Ja, ich überlege gerade, dass es besser, wenn man so, ja, ein kleines bisschen besser ist, wenn man es hier so quer hinlegen. Ich finde, das ist mal total was anderes, als was ich sonst hier so auf dem Tisch liegen habe. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also erstmal die kompakte Größe, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht gerade für mich so krass klein aus. Das ist cool. Ich finde das richtig cool. Ich sehe das Bild und denke, das ist gut machbar. Vor allem, weil einige von euch, werden sie jetzt schon gesehen haben, wir im Hintergrund nur eine einzige Farbe haben, ein einziges Symbol. Das heißt, wir haben hier überall unglaublich viel Colorblocking. Finde ich richtig, richtig cool. Ich weiß, einige von euch mögen kein Colorblocking, dann ist das vielleicht hier so ein bisschen, naja, denkt darüber nach, ob ihr das haben wollt oder nicht. Aber viele von euch mögen Colorblocking, ich mag auch Colorblocking und dementsprechend finde ich das richtig, richtig cool. Ja, und an anderen Stellen des Bildes haben wir da hingegen natürlich ein bisschen mehr Konfetti. Also hier in den Flügeln, ich kann euch ja hier ein bisschen dran holen, da sind schon viele Farbwechsel mit drin. Im Dolch selbst geht es, aber auch hier in den Blättern, ne, die sind dann schon Konfettilastiker, genauso wie die Verzierung hier oben. Aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, weil man hat wirklich so richtig die Abwechslung von Colorblocking und Konfetti so richtig krass voneinander getrennt. Und ja, man kann sich dann immer so aussuchen, worauf hat man gerade Bock. Mache ich ein bisschen im Hintergrund weiter, weil ich schnell ein bisschen was schaffen möchte oder habe ich gerade Lust, ein bisschen Farben zu tauschen, dann gehe ich hier rein. Finde ich cool. Und ich finde auch schön das Motiv umgesetzt, muss ich sagen. Ich finde es total schön, dass die Blätter wie hier so eine kleine Umrandung haben. Das hatte man auch im Bild hier gesehen, dass die hier so ein bisschen umrandet sind. Das hat man hier auch. Das finde ich richtig, richtig schön. Da freue ich mich auch drauf, weil ich painte persönlich gerne von dunkel nach hell. Und dann ist das wieder so ein bisschen wie Ausmalcharakter. Auch hier, das Schwert hat auch diese Umrandung generell jede Form. Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es aber auch schön, dass wir hier dann so ein bisschen mehr ins Realistische reingehen. Dass wir hier mehr mit Konfetti diese Schattierung schaffen, wie es eben auch hier der Fall ist. Also da haben sie es wirklich schön umgesetzt vom Bild her. Was ich gerade interessant finde, was ich gerade hier auf der Legende sehe, was wir auch gleich noch anschauen werden, ist, dass wir kein einziges Mal die 310 drin haben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, vor allem mit welcher Farbe hier diese Sternchen gestaltet sind. Das interessiert mich jetzt. Genauso interessiert mich, was wir für Steinchen dabei haben und welche Sondersteinchen hier auf uns warten. Und dementsprechend packe ich die gleich mal aus. So, hier haben wir alle Farben schön in Zip-Tütchen. Und das Erste, was mir gleich ins Auge gesprungen ist, ist die Farbe 3807, die wir hier mit ganzen vier vollen Beutelchen haben. Aber ist natürlich logisch, das ist unser Hintergrund. Und ich finde die Farbe richtig, richtig schön. Und das ist so ein Blau. Das kommt gar nicht so in der Kamera richtig rüber, aber das hat so ein bisschen einen Lila-Stich. Erinnert mich so ein bisschen an Taubenblau. Das heißt ja, glaube ich, Taubengrau und sieht blau aus. Finde ich aber richtig, richtig schön. Und hier könnt ihr euch auch gleich mal die Qualität der Steinchen angucken. Ihr seht hier immer so mal zwischendrin so ein bisschen, was ein Überschuss ist. Das sind aber nicht die Steinchen selbst, sondern einfach so ein bisschen Gekrüme. Ja, das ist meistens kein Problem. Aber die Steinchen selbst, finde ich, sehen sehr, sehr gleichmäßig sehr schön aus. Und aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass es Spaß macht, mit den Steinchen zu painten. Ja, dann haben wir hier noch ein weiteres Blau-Grau-Grau. Und dann haben wir hier ein dunkles Lila. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Wer ist... Doch, das ist ein dunkles Braun. Ja, klar, die 3371. Das ist ganz, ganz dunkel, fast schwarz. Das ist aber kein richtiges Schwarz. Und das sind die dunklen Sterne im Hintergrund. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe mir so ein bisschen richtig die 310 eingebildet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das gut aussieht. Weil es ist ja schon sehr, sehr dunkles Braun. Ich denke, das wird schon... Das wird cool aussehen. Weiterhin haben wir hier Brauntöne und Beige bis Rosa. Braun und Beige, denke ich, wird vor allem hier im Dolch drin sein. Rosa wird dann, denke ich, hier unten so in den unteren Flügeln der Matte vertreten sein. Und bei denen, gerade wo eben das Realistische eher ist, haben wir hier auch wieder richtig schöne Farbübergänge. Bei denen eben nicht so ein abgegrenzter Rand ist, wie ich es jetzt zum Beispiel hier bei den Blättern erwarten würde. Sondern wir haben hier richtig schöne Übergänge, die ganz, ganz fein werden, weil eben verschiedene Farben sich sehr ähnlich sehen. So. Ich frage mich nur gerade... wie die Blätter entstehen. Weil so viel Grün haben wir jetzt gar nicht. Das muss ich mir jetzt gleich mal dann genauer anschauen. Also meine Frage ist gerade, wie wir grüne Blätter hier bekommen. Mal gucken. Vielleicht löst es sich noch auf, wenn wir weiter runter zu den Sondersteinchen gehen. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall hier noch ein paar Rotöne. Auch hier wieder. Das werden ja dann die Flügel auch der Motte sein. Unterschiedliche Farben, nur ganz geringe Nuancenabweichungen. Das wären schöne Übergänge. Ja. Und dann haben wir hier unten noch eine ganze Menge AB-Steinchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke bei diesen vier Tütchen war, cool, Hintergrund in komplett einer Farbe. Das kann man durch Sondersteinchen ersetzen. Jetzt habe ich aber gesehen, was wir hier für eine Vielfalt an verschiedenen Sondersteinchen drin haben. Dass ich mir vorstellen kann, dass das absolut ausreicht, wenn wir hier diese ganzen Sondersteinchen eingesetzt haben. Und dass es dann vielleicht ganz cool ist, wenn der Hintergrund nicht ganz so aufregend ist und dann zu sehr vom Motiv ablenkt. Wir haben einmal... Na, wir fangen mit den ABs an. Einmal die 5200, also das Weiß als AB. Wir haben hier also jetzt nicht nur das Weiß als grundlegende Farbe, sondern obendrauf noch so einen richtig schönen, in verschiedenen Farben schillernden Überzug. Und das haben wir hier noch in so einem richtig schönen Olivgrün. Das könnte vielleicht in den Blättern sein. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Finde ich ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich bin sowieso sehr für Olivgrün zu haben. Und mit AB fände ich das richtig, richtig hübsch. Dann haben wir das Bargeldast-Steinchen. Das sind also Steinchen, die haben jetzt keinen schlunden Überzug, aber so wie kleine Kitzelpartikel, Glitzerpartikel oben drin. Hier sieht man das zum Beispiel sehr, sehr schön bei diesen drei Steinchen. Das sind alle hier, die so ein bisschen oben liegen. Finde ich super süß. Also ich mag die Spargeldast-Steinchen total. Das haben wir noch so in einem orange-braunen. Hier sieht man es auch sehr schön, wie die Oberfläche glitzert. Und dann noch ganz leicht hier bei dem schönen rosa. Ich habe das Gefühl, die rosa Spargeldast-Steinchen sind die Lieblingsbargeldast-Steinchen von Karatart. So, und dann hatten wir noch die geheimnisvollen Steinschen. Ich hatte recht, es sind Stress-Steinchen. Finde ich richtig cool. Und zwar haben wir hier einmal so ein gelb-orange. ein richtiges, jetzt wollte ich sagen richtiges Orange, aber es ist auch so bräunlich, so ein braun-orange. Finde ich sehr schön. Ein intensives Pink. Bin ich sehr gespannt. Und hier haben wir noch ein schönes rosa. Gefällt mir super, super schön. Super gut, meine ich. Und ja, mich interessiert es natürlich, wo sind die einzelnen Sondersteinchen jetzt verteilt. Dementsprechend kommt alles beiseite, was kein Sondersteinchen ist. Und dann schauen wir uns mal an. Erstens, wie die Blätter zum Grün kommen und wo die Sondersteinchen verteilt sind. So, als erstes schaue ich mir jetzt an, welche Farben im Grün sind. Da haben wir zum einen die 8. Wir haben die 22, den AB, die 33, die ist ja ein Sondersteinchen, glaube ich, ja. Und außen das K und das K ist die 14. Okay. Also außen haben wir hier dieses Braun. Das passt für mich, weil wie gesagt, hier, ich hole euch denke ich mal ein bisschen ran, das ist ja für mich ein bisschen angenehmer, weil wir hier außen die braune Linie haben. Dann das Grün innen setzt sich zusammen aus diesem Grün hier, dem AB-Grün und dann haben wir eine ganze Menge heller Töner, die eher so ins bräunliche gehen. Zum einen hier der Stressstein und hier diese beiden Töne. Wenn man sich das so anguckt, der Heller auf jeden Fall, da haben wir hier so die hellen Linien mit drin und die anderen beiden finde ich harmonieren sehr gut mit diesen Tönen. Ich bin jetzt aber wirklich gespannt, ob das Grün hier ausreicht, dass es dann auch tatsächlich grün aussieht. da bin ich wirklich gespannt. Ich gucke gerade mal, hier sind noch ein paar andere Farben, vielleicht gucken wir uns die noch an. Die 26 ist aber auch ein Brauen und das können wir uns mal noch anschauen. Ach, das habe ich jetzt schon. Okay, ja, also ich sage mal so, die Farben zusammen sehen auf jeden Fall erstmal toll aus. Also hier die 5 Farben, die hier zusammen liegen, die passen klar so zusammen und ich finde, die machen auch schön, die harmonieren einfach schön miteinander und können auch gut ineinander übergehen. Also gerade hier die 3 Steinchen, das stelle ich mir richtig cool vor nebeneinander. Den hier als Highlight und das als Grün. Aber bin ich gespannt, inwiefern das dann am Ende grün wird. Bin ich wirklich sehr gespannt. falls es jemand von euch schon fertig haben sollte irgendwann, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder schickt mir vielleicht auch mal ein Bild zu, das würde mich wirklich sehr interessieren. So, genug dazu. Wir schauen uns jetzt aber die Sondersteinchen generell an. und zwar beginnen wir mit den AB Farben. Wir hatten jetzt einmal schon hier den grünen AB. Den haben wir also auf jeden Fall hier unten in den Blättern drin. In allen Blättern. Und ich denke, das wird es dann auch gewesen sein, weil sonst haben wir hier kaum grünen. Hier oben haben wir nur noch zwei, drei Mal mit drin. In dem Mond. Aber ja, hier überall in den Blättern haben wir den AB. Und ich finde, da gehört er auch hin. Da gehört er hin. Ich muss auch sagen, bei Poisonous Beauties, als ich das gepaintet hatte, da waren auch viele ABs mit in den Blättern drin. Und ich fand das am Ende richtig, richtig schön. Also das finde ich sehr cool. Dann haben wir jetzt noch hier den weißen AB. Und den finden wir hier überall, wo ihr die weiße Linie hier seht. Also das hier ist alles der weiße AB am Dolch entlang. Und der highlightet sozusagen hier mit so den, ja, den Metallschimmer. Und wir haben ihn in den hellen Punkten hier überall, dass er die hervorhebt und zum Leuchten bringt. Das finde ich gut. Finde ich sehr passend sowohl hier drin als auch in den Punkten. Das passt super in meinen Augen. Gut. Dann gehen wir weiter zu diesem orangenen Sparkeldast. Den finden wir in den Flügeln ziemlich viel sogar vertreten. Und zwar ist es dieses Symbol hier. Und das haben wir hier überall. Also hier oben. Hier ist es mit drin. Komplett hier durchzogen. Der ist also sehr dominant hier oben in den Flügeln drin. Das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Genau. Dann haben wir den rosa Sparkeldast. Den vermute ich ja mal hier unten. Ich schaue mal nach. Das Und-Zeichen. Genau. Den haben wir hier unten drin. Hier sogar eine ziemlich große Fläche. Hier überall, wo wir das Und-Zeichen haben, da ist das Sparkeldast hier auch. Super viel. Auch hier im Dolch mit drin und auch hier drüben im Flügel. Ein bisschen auch hier. Und auch hier in den hellen Flächen haben wir überall das Unten mit drin und auch in diesen, in den Blättern und in den kleinen Punkten. Hier haben wir überall den hier mit drin. Das finde ich super schön. Der ist also sehr flächendeckend hier vertreten. Und ich denke, der kann da wirklich eine gute Arbeit machen. So, letzter Sparkeldast. Hier ist der Rote. Den haben wir dort, wo wir ihn natürlich vermuten, in den Flügeln. Und zwar ist das hier das Notensymbol. Oh, jetzt habe ich schon unter die Kamera gewackelt. Das Notensymbol, das haben wir hier. Auch hier außen an den Flügeln. Hier, ne? Durchzieht also eigentlich die ganzen oberen Flügel. Und das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen, weil das ja nochmal dann die Flügel auch richtig hervorhebt. Und ich denke, das wird's. Das wird wirklich klasse. Schön. Dann haben wir jetzt noch unsere Strasssteinchen, die natürlich auch nochmal richtig hervorstechen werden. Zum einen haben wir diesen braunen, orangenen. Den haben wir ja, wie gesagt, hier immer in den Blättern mit drin. Also hier ist dieses Symbol ist hier immer mit dabei. Auch hier, ne? Und ich schaue, ob wir ihn noch irgendwo haben. Genau hier in dem Monden haben wir ihn mit drin. Zumindest in den kleinen. Hier im Großen nur so drei Stück. Und hier haben wir auch mit so ein bisschen am Anfang des Schwertes. Es läuft dann hier so runter. Stell ich mir schön vor. Also hier wird dann sozusagen die Mitte des Dolches nochmal gehighlighted. Gefällt mir gut. Gehen wir gleich weiter zu dem anderen gelborangenen Strassstein. Da haben wir ziemlich wenig von. Und den haben wir hier in den Monden, hier in diesem Stein, genauso wie auch hier in den Monden drin. Und auch teilweise in den Blättern, aber nicht in allen, ich glaube sogar nur in dem hier. Da haben wir so ein paar Steinchen. Ach, und hier unten sind noch drei, vier Steinchen jeweils in den Blättern drin. Ja, finde ich cool, finde ich interessant, bin ich gespannt, was das mit dem Bild macht. Dann als vorletztes haben wir den schönen rosa Strassstein. Den finden wir hier in den Steinen. Da gehörte, finde ich, auch total hin. Da bringt jetzt hier die Edelsteine dann total zum Glänzen. Auch hier. Das finde ich super. In den Flügeln wäre es jetzt vielleicht sogar ein bisschen too much gewesen. Ich gucke gerade, ob er vielleicht doch noch drin ist, aber ne. Finde ich, ist der richtig gut aufgehoben hier im glänzenden Edelstein. Schön. Und dann haben wir noch den letzten, ich vermute mal, dass der auch mit dort sein wird, den pinken Strassstein. Und genau, den haben wir auch hier. Der ist also gemeinsam mit diesem hellrosa Stein. Und die bringen natürlich die Edelsteine richtig zum Leuchten. Ich finde, man kann viel aus Edelsteinen machen. Und ich finde, die sehen auf jeden Fall schon mal schön gerentert aus. Mit den Strasssteinen kann ich mir vorstellen, dass es auch noch mal so das gewisse Etwas kriegt. Und dementsprechend denke ich, dass das gut werden kann. Also, ich finde, das ist ein schönes Bild wirklich mal so für zwischendurch. Also nicht, dass ich das jetzt hier an vier Tagen oder so painten würde. Das braucht auch seine Zeit. Aber mal so ein Bild, wo man auch mal schnell im Hintergrund ein bisschen vorankommen kann, wenn man das möchte. Es ist ein schönes Motiv. Ich finde es auch von der Größe her passend. Es ist jetzt nicht pixelig oder irgendwas. Finde ich total schön. Und ja, ich bin noch ein bisschen gespannt, wie das mit den Blättern letztendlich wird und wie das aussieht. Selbst wenn es eine Farbabweichung geben sollte, kann es trotzdem richtig gut aussehen. Ich bin aber gespannt, ob wir vielleicht hier trotzdem dann wie ein optisches Grün erzeugen. Aber ansonsten finde ich das super cool, wie viele Sondersteinchen hier drin sind. Auch wenn man sich das anschaut, die Beutelchen sind ja teilweise auch gar nicht so leer. Also da haben wir schon einige Steinchen hier, die wir aufs Bild setzen. Für die kleine Größe finde ich richtig cool. Und ich finde die auch schön eingesetzt. Fazit, ich freue mich auch auf dieses Bild, wie auf so viele andere. Und ja, jetzt würde mich natürlich noch brennend eure Meinung interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Ob ihr es euch kaufen würdet oder es vielleicht sogar direkt tut. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr das lieber mögt. Wenn Colorblocking und Konfetti so ein bisschen miteinander verschwimmen oder wenn das so richtig getrennt ist, wie hier, dass wir den Hintergrund haben mit Colorblocking und das Motiv selbst mit Konfetti. Ja. Lassen wir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Da freue ich mich immer super drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!